Hallo und herzlich willkommen bei den Kinderspiele-Stars. Ja genau, ihr seht die Kinderspiele-Stars und wir spielen heute Brio World, die geniale Eisenbahn-App. Und wir haben heute Großes vor, denn wir wollen uns eine eigene Insel bauen. Ja, oder ein Festung. Ja, eine Privatinsel sozusagen, wo nicht jeder hin darf. Und dann wollen wir die sogar noch ein bisschen schützen, so mit Felsen rundherum und Wasser. Und wie gesagt, unsere Bahn darf da rein, ansonsten darf da keiner rein. Das ist hier so ein kleines Dörfchen, das haben wir nicht selber gebaut, das war schon vorgegeben. Und jetzt suchen wir uns hier eine gute Stelle aus. Ich finde hier oben ist schon ein bisschen Wasser. Ja. Und dann ziehen wir als erstes mal ein Wassergraben und dann bauen wir da eine Festungsinsel mit allen Schikanen, die wir uns so ausdenken können. Zum Beispiel mit eigenem Riesenrad oder was fällt uns denn noch ein? Ein eigenes Riesenrad oder einen eigenen Lockschuppen natürlich, wo wir unsere Locken aufbewahren. Und ja, lasst euch überraschen. Ich mache das jetzt erstmal das Wasser und das machen wir im Schnelldurchlauf, damit das nicht so langweilig ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück. Schaut mal, das ist unser Wassergraben. Dann haben wir hier noch so ein paar Bäume am Rand gemacht, dass wir da nicht so runter gucken. Und jetzt kommt eine Brücke. So, und dann verbinden wir nämlich, wollen wir die hier ausprobieren? Reicht die? Ja, ich glaube schon. So, dann kann man hier jetzt auf unsere Insel rauffahren, wenn man die Genehmigung erhält. Und damit das einer kontrolliert. Ach, wir brauchen hier noch diese Auffahrteile, ne? Ja, stimmt. So, ich zeige euch das auch gleich aus der anderen Ansicht. Und wir könnten uns ja mal hier ein Auto hinstellen. Autos gibt es wo? Ach, die gab es ja gar nicht hier. Hier unten sind die Autos. Welches Auto nehmen wir denn? So ein kleines blaues? Ja. So, saßen wir da schon mal drin? Kann mich nicht erinnern. So, da können wir uns das mal angucken. Okay, da seht ihr nämlich, es fehlt noch hier eine Auffahrt für die Brücke. Auf der anderen Seite auch. Oh, das war das falsche Bauteil. Moment mal. Und wenn wir die Brücke gebaut haben, machen wir noch einen Förtner. Also jemand, der kontrolliert, wer rüberfährt. Und das habe ich mir gedacht, dafür nehmen wir die Brio-Weiche. Denn da sitzt so einer drin. Ja, genau. So, die Brücke ist fertig. Schaut mal. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich auch. Und jetzt bauen wir hier unseren kleinen Privatbereich. Und ja, der Förtner, der ist bei den Weichen oder bei den Gebäuden? Ne, der ist bei den Gebäuden. Und zwar ist das der hier. Okay, da geht eine Abweichung. Das macht aber nichts. Da kann man ja dann rumfahren. Kann man den auch umdrehen? Ja. Ah, der will ja auch noch, genau, mit der anderen Strecke verbinden wir das natürlich, damit wir auch durch das normale Dorf fahren können. So, dafür brauchen wir hier noch eine Kurve. Die ist so lang. Ja, wir stehen jetzt ein bisschen doof. Vor allem hier fehlt ja noch eine Weiche. Das machen wir gleich. Ja, später. Okay, dann setzen wir uns mal kurz in die Bahn rein. Dann können wir wieder weitersehen. Ja, kriege ich es nochmal hin. Stopp. Stopp. Mal zurücksetzen. Wir wollen das angucken, was wir gebaut haben. Hallo, Kuh. Stopp. Jetzt können wir uns umschauen. Aha. Hier geht es dann drauf. Und da oben seht ihr den Mann? So, ich mache das auch nochmal größer gleich. Moment. Wir gehen erstmal raus. Ja, dann, so, dann fahren wir hier durch. Legen wir noch schnell hier mal eine Schiene hin, dann seht ihr das auch besser. Okay. Hier können wir auch noch eine bauen. Bauen wir noch eine Mini-Lok. Zum Beispiel die blaue. Gefällt mir eigentlich immer ganz gut. Haben wir dazu einen passenden Anhänger? Ja, da. Und noch irgendwas zum Transportieren. Habe ich gerne, boah, gelb sieht jetzt nicht so toll aus. Was passt denn zu blau? Nicht so wirklich, ne? Nehmen wir doch einfach so einen, ne, da kann man auch nichts mit anfangen. Nehmen wir einfach einen roten hinten dran. Ja. Wie so ein Gepäckwagen oder so. Ja. Okay. Okay, wo tun wir die hin? Die tun wir mal hier hin. Dann können wir uns das schon mal angucken, sonst ist das ja auch zu langweilig. Stopp. Nein, noch nicht. Dann fährt der denn mal los. Ich bin doch noch gar nicht fertig hier. Seht ihr das? Cool. Da oben sitzt einer, der winkt uns. Der kontrolliert, wer rein darf. Wir haben grünes Licht, wir dürfen auf unsere Privatinsel drauf. Hallo Kollege. Hallo Shane. Ja, der hat uns erkannt, der sagt, in Ordnung, kommt rüber. Aber die Strecke ist ja schnell zu Ende. Keiner darf hier rüber, nur wir und Freunde. So, also, wenn ihr unser Video ein Däumchen hochgebt und uns abonniert, dürft ihr auch rüber. Ja. Dann zählt ihr zu dem Freundeskreis. Dann seid ihr herzlich hier eingeladen. Und jetzt bauen wir hier mal die Strecke weiter. So kann es ja nicht gehen. Ja. Und was wollen wir als erstes auf der anderen Seite machen? Ich finde, ein kleiner Bahnhof. Ja. Wenn man rüber gefahren ist, recht schnell aussteigen kann, wenn man das möchte. Oder ein Riesenrad. Hm. Riesenrad. 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 Wollt ihr ein Riesenrad? Da ist ja auch noch so eine kleine Station bei. Ich zeige euch das mal. Mal gucken, wie das aussieht. Und dann nehmen wir eine Kurve und auf der anderen Seite machen wir dann, welche Kurve nehme ich dann? Die große. So, eine schöne große. Obwohl, nee, ich möchte lieber eine kleine nehmen. Dann können wir noch ein bisschen weiter geradeaus fahren. Ein bisschen enger. So. Aha, aha. Ja. So. Und jetzt noch den Bahnhof. Wo haben wir den Bahnhof? Bei den Gebäuden. Da gibt es ja verschiedene, ne? Oder der. Und noch ein anderer. Das ist hier so ein Riesenvetter. Ja, eine Tankstelle. Da gibt es auch noch eine kleinere, ne? Ah, da. Ah, den können wir nicht bauen. Haben wir gar nicht genug. Macht nichts. Dann nehmen wir den großen. Lassen wir uns nicht lumpen. Ich glaube, das ist eine Tankstelle. Ja, aber eine Tankstelle. Eine Tankstelle für was denn? Für Eisenbahn gehen die an der Tankstelle tanken. Oder für die Autos, die es hier gibt. Vielleicht für die Autos. Ich kann den nur nicht drehen. Das ist schade. Nein. Ich glaube, der will immer auf der anderen Seite drehen. Das geht nicht. Nein. Moment. So, also wir kriegen das jetzt nicht gedreht. Das macht aber nichts. Ja. Dann machen wir einfach folgendes. Wir schummeln mal. Wir werden hier das Wasser unterbrechen. Und die Bäume wegnehmen. Und zwar bauen. Sonst dürfen wir nämlich nicht unseren großen Bahnhof bauen. und den möchte ich bauen. Okay. Da fehlt uns jetzt noch eine kleine Schiene. Wie? Wir dürfen immer noch nicht. Hey. Jetzt. Ah. Endlich. Ja, da fallen ja die Leute rein. Dann mache ich hier noch ein bisschen Wasser weg. Erstmal so. Als nächstes werden wir einen Bahndepot bauen. Ja. Das sieht dann so aus. Hier haben wir doch das schöne Bahndepot. Schaut mal. Kriegen wir da den ganzen Zug rein? Nee, nee. Da kriegen wir nicht den ganzen Zug rein. Dann machen wir es anders. Dann bauen wir das Bahndepot hier auf der anderen Seite hin. Ja. Am Wasser. Darf man zwei davon hintereinander bauen? Ja. Ja. Darf man. Und dann fahren wir da hier erstmal geradeaus. So. Vielleicht fällt uns da noch was ein. Wir könnten da zum Beispiel noch ein Kran hinbauen, damit wenn wir was geladen haben, das noch bevor wir in den Bahnhof reinfahren, in den Lok schuppen, die Ladung rauskommen. Ja, stimmt. So. Geht das so? Aha. Gut. Okay, ich habe von einem Kran gesprochen. Bauen wir das doch auch noch schnell auf. Der passt wieder auf welcher Seite? Der will auch auf der anderen Seite. Alle wollen auf die andere Seite. Auf der rechten Seite. Na gut, bitte schön. Kommt direkt dahinter der Kran. Sieht auch cool aus. Obliefern. Und dann hier oben noch die Schiene dran. Jetzt sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Auf jeden Fall. Jetzt schauen wir uns das erstmal an. Moment, ich steige mal in den Zug ein. Wo? Hallo. Und gehe rein und dann schauen wir mal. Ja, ich bin noch auf der Brücke, deswegen guckt mal so schief. So, ein bisschen weiter. Hier, unser Privatriesenrad. Cool. Und da sitzen schon coole Leute hoffentlich drin. Hallo, seid ihr alles Freunde? Habe ich euch eingeladen? Okay, dann fangen wir mal ein Stück weiter. Hier, unser Privatbahnhof. Cool. Hallo, ja, ich bin mal wieder im Haus. Läuft alles. Ich bin hier der Chef. Okay, stopp. Gucken wir mal. Hier könnten wir was entladen. Haben wir jetzt nichts Schönes mitgebracht? Ja. Ja, hier fehlen noch auf jeden Fall auch Ställe, dass wir unsere eigenen Tiere halten können. Okay, jetzt fahren wir mal hier um die Kurve in unseren Privat-Eisenbahnschuppen. Und dann müssen wir hier stoppen. Hier fehlt auch noch... Ey, der stoppt von alleine. Cool. Tatsächlich, der stoppt von alleine. Ja, können wir kaum rausgucken. Macht nichts. Ist aber nicht so schlimm. Weg, Issa. Wenn es jetzt regnet, wir werden nicht nass. Lustig. Was können wir noch bauen? Ja, ich habe ja von Tieren gesprochen. Und das finde ich immer nett. Ja, in der Mitte vielleicht. Wo kriegen wir denn hier ein paar Zäune? Nehmen wir die braunen oder weißen? Entscheide dich jetzt. Äh, weißen. Weiße Zäune sagst du? Ja. Okay. Was für Tiere wollen wir halten? Vielleicht Pferde? Pferde natürlich. Das ist ja klar. Oder Zebras. Nein, Giraffen. Also jetzt geht's los. Äh, ja. Zebras. Zebras? So, so. Oder so. Oder alles. Tja, egal. Ey, das passt sogar. Cool. Hier machen wir unseren ersten Bereich, wo wir Tiere halten. Welche Tiere schauen wir mal. Ja. Wir können auch bunt gemixt machen. Ja, Giraffen, Pferde und Kühe. Oder wir nehmen jetzt erstmal Zebras, hast du gesagt. Einverstanden. Wir nehmen Zebras. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Nicht zu viele. So groß ist das Gehege nicht. Wir wollen ja, dass die sich wohlfühlen. Ja, so reicht. Dann tun wir noch ein bisschen Gemüse hier hin, sag ich dazu mal. Das sind ja nur Büsche. Und hier so ein Afrika-Bäumchen ist das. Bäume, die in Afrika wachsen. Machen wir hier unsere kleine Safari. Ja, ach. Steine wollten wir ja eigentlich sowieso noch ein paar hinlegen. Können wir ruhig mal machen. Hier wollte ich eigentlich auch noch einen rein hin. So. Das heißt. Wie kriegen wir denn jetzt unseren Zug raus? Achtung meine Güte. Rückwärts fahren. Erstmal müssen wir hier aus dem Baumodus raus. Äh. Rückwärts fahren. Gute Idee. Wir kriegen sogar Sterne. Habt ihr jetzt gesehen? Ich kann ja einfach so gucken. Mal gucken. Ja, wir bräuchten noch so eine Stelle, wo wir umdrehen können. Stimmt. Man kann den Zug natürlich immer auch manuell umdrehen. Schaut aber erstmal hier die Zebras. Die gefallen mir schon gut. Ja, und die Bäume. Die Bäume. Ja, das macht sich. Das sieht alles schön aus. Was ich unbedingt noch in dieser Folge erledigen möchte, weil wir ja auch gerade so rückwärts fahren müssen. Ähm. Ich möchte die Strecke, die wir hier gebaut haben mit der Brücke an den normalen Bienennetz. An das normale Schienennetz anschließen. Ja. Dass wir natürlich auch in die Stadt fahren können oder was auch immer da ist. So. Also. Das machen wir noch. Was müssen wir dafür machen? Erstmal diese Eisenbahn hier ein Stück wegfahren. Tschu-Tschu. Da vorne ist dieser kleine süße Bahnhof. Da warten schon unsere Freunde, könnte man spielen. Ja. So. Die warten hier schon auf uns. Toll. Aber wir sind noch nicht verbunden. Also müsst ihr noch ein bisschen warten. So. Jetzt haben wir hier Platz. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir das am besten verbinden. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall ein... Oh. Ich bin raus. Oh nein. Wir brauchen... Wir brauchen auf jeden Fall eine Weiche. Ja. Weichen haben wir hier. Das wird gar nicht mal so leicht sein. Wir haben uns eine schlechte Stelle ausgesucht. Auf jeden Fall. Ja. Wie kommen wir denn da jetzt so ran, der hier... Äh. Äh. Das passt nicht. Äh. Passt nicht. Ja. Das wird hier schwierig. Äh. Diese Dinger müssen das irgendwie anders regeln. Das geht natürlich auch nicht. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Aber da kriegen wir auch nicht die Kurve. Mach mal eine kleine Minikurve. Wir haben uns wirklich die schlechteste Stelle von allen ausgesucht dafür. Aber das ist ja gerade die Herausforderung. So vielleicht... Ja. Hm. Sag das nicht. Doch. Geh. So. Tatsächlich. Das Teil hier ist ja Gold wert. Toll, dass es das gibt. Toll. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich weiß auch nicht genau, wie es heißt. Hier so eine gebogene Gerade. Hey, der Baum schon... Ja, tut mir leid. Wer seid ihr denn? Kühe oder was auch immer ihr seid. Ich muss mal euch ein bisschen verlegen. Kommt mal hier runter. Denn ich möchte hier noch das Teil verbinden. Äh, ja. Tja. So, der Zug muss nochmal wegfahren. So, du fährst nochmal ein Stück zurück. Kriegen wir das hier gemanagt. Und jetzt... Nochmal. Jetzt schauen wir uns das mal an. Das Teil könnte einfach hier nach oben gelegt werden. Dann fehlen uns noch zwei gerade Stücke. Aber das ist das. Fertig. Ja. Dann fahre ich diesen Zug hier mal auf den Weg. Und schauen wir mal, ob wir mit dem schwarzen Zug ausnahmsweise... Darf der auch mal zu uns rein. So, hast du das gehört. Du darfst jetzt auch mal auf unsere Insel. Wer möchte noch mitfahren? Möchte noch jemand einsteigen? Ja, alle wollen mit. Ja, die beiden. Alle wollen mit. Tja, kann ich da sein? Hast du noch einer hier rein? Ja. Ja. Können zwei rein? Nein. Aber hier ist noch Platz. Ja. Ausnahmsweise. Seid ihr auch heute eingeladen? Fahren wir... Oh, schaut mal hier, wie schön das aussieht. Wie schön. Tutu. Tutu. Mal über die Brücke auf unsere Privatinsel. Oh, 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 oh. Oh nein. Hallo? Wie bestimme ich das denn an der Weiche, wie rum ich fahre? Oh, das weiß ich ehrlich gesagt. Nicht geradeaus. Von allen Sachen nicht. Ach, du meine Güte. Ja, das gibt es gar nicht, ne? Das ist Zufall. Oder fährt man immer geradeaus, ne? Da fährt man geradeaus, außer man stößt auf diese Schiene. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. Das heißt, ich komme da gar nicht hin. Da müssen wir uns doch nochmal was anderes einfallen lassen. Jetzt fahre ich erstmal rückwärts, in der Hoffnung, dass der doch noch abbiegt. Das kann ich aber vergessen. Nein, nein. Oh nein. Das müssen wir erstmal wissen. Ja, das werden wir wohl in dieser Folge nicht mehr repariert bekommen. Da müssen wir uns eine andere Schienentechnik hier ausdenken. Eine andere Weiche. Ich gucke noch einmal ganz kurz rein, ob mir hier was einfällt. Mal das raus. Und das hier. Das würde funktionieren. Ja, aber dann kommen wir nur auf der Seite. Mal gucken, was wir noch im Programm haben. Ja, passt aber auch nicht wirklich, ne? Ja, nicht ganz. Ja. Die sitzen auch falsch rum. Ja. Oh. Von der einen Seite geht, von der anderen nicht. Schade. So. Ich probiere es nochmal. Jetzt müssen wir tricksen. Jetzt tricksen wir mal. Genau. Einmal tricksen wir. Ja. Erstmal im Rückwärtsgang fahren wir jetzt hier lang. Ich möchte jetzt einmal auf unsere Brücke drauf. Oh nein, ich sehe schon. Ich befürchte, wir kommen trotzdem nicht hin. Doch. Nein, so sollte der jetzt abbiegen. Mal probieren, mal probieren. Nein, nein, der fährt geradeaus. Ich habe das jetzt verstanden. Das Problem lösen wir nächstes Mal. Und uns würde es wirklich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei wärt. Ja. Deswegen abonniert den Kanal. Gebt uns einen Daumen hoch. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Freuen wir uns auf jeden Fall. Und ansonsten blenden wir euch hier noch zwei Videos ein. Die könnt ihr euch gerne noch anschauen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Der winkt auch. Tschüss. Tschüss.